Wunderbar, vielen, vielen Dank dafür. Ja, freut mich sehr, dass wir dabei sind. Wir hatten ja vorhin auch schon ganz kurz angefangen, über unsere Historie zu sprechen. Ich selber, oder ich fange mal mit meinem Namen an, Matthias Lücke, mein Name, ich komme von der Firma ePost. Wir sind als Sponsor mit dabei, freut uns wie gesagt sehr und haben dann einfach mal so zusammengefasst, Agenda würde ich mal drüber wegspringen, warum wir überhaupt uns bemüßigt fühlen, hier was über Audio sagen zu dürfen oder über Sprache. Wir selber sind als ePost eine Unternehmung bzw. ein Brand und kommen aus der Sennheiser Welt, hatten wir gerade schon mal kurz drüber diskutiert und aus der Demand-Gruppe. Die William Demand Group ist jetzt die Frage, ob die jemand kennt, ist immer ganz gut, wenn nicht, weil die im Hörgerätebereich unterwegs ist. Das heißt, die Demand-Gruppe macht seit über 150 Jahren Sprache, Sprachsteuerung etc., auch Grundlagenforschung, wenn es um Hörgeräte und Geschichten geht, rund ums Hören, rund um die Audio-Wahrnehmung. Und dementsprechend freuen wir uns natürlich, wenn es solche Formate gibt wie Audio-Orny-Barcamps, weil wir natürlich um die Wichtigkeit oder auch um die Kompetenz der Sprache wissen und gerade in der heutigen Zeit natürlich auch ein sehr interessantes Gegengewicht da zu sehen, wenn es um Videokonferenzen geht, Videoschalten etc. Heute habe ich eigentlich mal mitgebracht, so einen ganz kurzen Set, wie gesagt, wo wir uns sehen, warum wir einiges Sachen machen und auch mit der Bitte ganz zum Schluss nochmal um ein kleines Feedback, wo man dann einfach vielleicht uns auch ein paar Ideen geben kann, wenn wir in das Barcamp springen, also in einem live oder in einem echten Barcamp sozusagen, wie wir dann schauen, wie wir dort vielleicht einige Themen auch so gestalten, wie ihr die gerne haben möchtet, weil das natürlich für uns ganz wichtig ist, nicht immer nur zu erzählen, was wir gerne machen möchten, sondern natürlich auch, warum oder was ihr gerne von uns wissen möchtet. Vom Prinzip, wie gesagt, haben wir natürlich immer die Sprache und ich glaube, da kann natürlich nachher mein Nachfolger oder meine Nachfolgerin noch einiges zu sagen, wie denn Kommunikationsmodelle aussehen. Generell ist ja immer die Herausforderung, wenn wir von Sprache sprechen, dass Sprache nur ein ganz kleiner Teil davon ist, was wir eigentlich wahrnehmen in unserer Audio-Welt. Das Hörfeld ist wesentlich größer, das Ohr selber ist ein sehr, sehr interessantes oder sehr, sehr dynamisches Instrument, wenn ich das so sagen darf. Da bin ich dann wieder der Ingenieur, wenn es nämlich darum geht, die Wahrnehmung eines Ohres hat auch oder ist die größte Dynamik, die es eigentlich so in der gesamten Flora und Fauna gibt. Das heißt, wenn wir besser hören könnten, könnten wir sogar Luftmilküle zusammenstoßen hören. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine relativ hohe Belastbarkeit, wenn es um Lautstärken geht. Wie gesagt, Sprache ist nur ein ganz kleiner Teil davon, um den wir uns natürlich jetzt als E-Post kümmern, als Sprachkompanie. Über die Musik natürlich so ein bisschen drüber hinweg, aber wenn es natürlich darum geht, diese Sprache zu übermitteln, ist für uns immer die Herausforderung, dass wir ja Tools nutzen, wie ein Zoom, wie ein Mumble etc. pp. und dort in der Regel ja Codex verwenden, die die Frequenzen bzw. die Bandbreiten beschränken, um halt einfach Bandbreiten zu nutzen zu können, die wir natürlich dann über unsere Headsets wiedergeben. MP3, MP4, das sind natürlich also Codexe als Beispiel, wenn es um Codieren selber geht und hier natürlich für uns technisch die Herausforderung, Sprache, gerade das, was wichtig ist, dann auch wiederzugeben. Wir haben natürlich gerade im Bereich Sprache ganz wichtige Bereiche, die übertragen werden müssen, die für die Sprachverständlichkeit zuständig sind. In Sprachverständlichkeit oder mit der Sprachverständlichkeit geht natürlich einher Emotionen, Gefühle etc., die übertragen werden, insbesondere wenn ich keine Mimik und Gestik habe. Wir kennen das alle, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen von der Oticon-Seite nochmal. Schwerhörigkeit oder Altersschwerhörigkeit heißt ja eigentlich nur, dass meine Schwelle, die ich höre, im Hochfrequenzbereich abgesenkt wird und dementsprechend die schlechte Sprachverständlichkeit da ist. Wenn ich jetzt natürlich eine technische Leitung habe, eine technisch kodierte digitale Übertragungstechnologie wie ein Zoom, Teams etc. pp. oder eine klassische Telefonie, da ist es signifikant, dann fehlen diese hohen Frequenzen und damit fehlt natürlich dann auch die Sprachverständlichkeit. Und das ist natürlich etwas, wo wir einschreiten und mit unseren Geräten natürlich versuchen, möglichst diese Sprachverständlichkeit nachzuarbeiten, indem zum Beispiel ein Headset, was für Telefonie gedacht ist, nicht wirklich gut arbeitet, im Bereich Musikwiedergabe. Ein Musik-Headset oder ein Podcast-Headset ist was anderes als ein Telefonie-Headset. Ja und natürlich deswegen, Simon, vielen Dank dafür, dass wir hier nochmal diese Audio-Geschichte haben, weil gerade jetzt natürlich eine interessante Studie auch ist von der University von Stanford, wo es dann natürlich darum geht, warum Videocalls im Augenblick sehr, sehr anstrengend sind und viele im Homeoffice und in ihren Offices generell sehr, sehr müde sind. Und es gibt schon den Begriff da, weil es einfach eine extreme Belastung ist für die Unternehmen, über Video zu kommunizieren. Nicht nur bandbreitentechnisch, auch mental. Die Stanford hat es so ausgerechnet, beziehungsweise hat gesagt, dass natürlich, so wie wir jetzt einen großen Feedback haben, wenn es darum geht, viele Leute auf einem Videoscreen zu sehen. Das heißt, ich sehe viele Gesichter und damit bin ich halt einfach auch ein bisschen überfordert, weil das kein typisches Verhalten ist, kein typischer natürlicher Vorgang, dass man so viele Leute vis-à-vis sieht und sich auf die auch noch konzentrieren kann. Und dementsprechend natürlich die Herausforderung, dass das ein bisschen stressig ist in meiner persönlichen Wahrnehmung. Das heißt, dadurch, dass es auch so viel ist, das heißt, wir viel telefonieren, mehr als normal, haben wir natürlich immer eine Echtzeitkommunikation, die für uns extrem stressig ist und auch viel dazu führt, dass man einfach nicht... Ja, genau. Der Sion hat die gerade eingeblendet. Genau, aber das ist natürlich auch so, dass wir, wie gesagt, dort sehr schnell ermüden, weil wir eine höhere Konzentration an den Tag legen müssen. Wir müssen uns auf die Menschen konzentrieren. Ich sehe ganz viele Gesichter hier. Ich versuche natürlich immer, Emotionen daraus abzulesen, Feedback als Referent natürlich auch einzufordern. Habe natürlich parallel vielleicht noch irgendwo ein E-Mail, was auf meinem Tablet oder sonst wo aufläuft. Also eine sehr, sehr mannigfachte Konzentrationsebene, auf der ich mich hier bewege. Da ist es natürlich schöner, wenn man, also Multitasking für mich als Mann sowieso eine Herausforderung, aber natürlich generell nicht einfach dann so in dieser Form zu kommunizieren. Mein Lieblingspunkt, den ich auch immer sehr, sehr gerne anbringe, die Mobilität leidet extrem. Ich bin, wie meine Frau immer sagt, ein Telefoniertiger. Das heißt, sobald ich telefoniere, sobald ich dort irgendwie ein längeres Telefonat habe, bin ich derjenige, der auch gerne ein bisschen rumläuft. Das heißt, ich habe bei einer Videokonferenz natürlich jetzt nicht die Möglichkeit, andauernd wegzurennen, wenn man dann einfach nur den leeren Hintergrund sieht. Und dementsprechend sitzt jeder starr vor seinem Rechner, hat wenig Mobilität. Es gibt teilweise ja noch nicht mal die Möglichkeit, höhenverstellbare Schreibtische oder Ähnliches zu nutzen in Homeoffices. Und dementsprechend hat man natürlich auch einen extremen Bewegungsmangel und das über den ganzen Tag und über die lange Zeit, die wir es aktuell auch nutzen, addiert sich das natürlich auf. Ja, wie gesagt, Belastung, also die kognitive Belastung, dass die einfach höher ist, denke ich, haben wir damit inlänglich bewiesen. Ja, und wie gesagt, da ist natürlich der Rückschluss immer, dass wir natürlich schauen müssen, wenn wir über solche Audiogeschichten sprechen oder von der Videogeschichte wegkommen, dass wir natürlich Lösungen anbieten, die auch gar nicht wirklich diese Lösung Video eliminieren, sondern einfach ergänzen. Ich denke, wenn man auch so mal in die User-Statistiken schaut und wenn man darüber spricht, wie zum Beispiel Podcasts einfach viel, viel interessanter sind, wenn ich mir den Hype angucke um Clubhouse und alles, was da sonst noch so drumrum kreucht und fleucht. Es gibt ja inzwischen mehrere Ableger, die ähnliche Formate anbieten, weil es einfach diese Geschichte ist, sich wieder auf was zu konzentrieren, einfach auch eine Informationsebene auf Stimme oder auf Grundlage von Audio zu haben und nicht eine Multipräsenz Video und Ton und dementsprechend über lange Zeiträume dann einen extremen Stress. Ja, deswegen natürlich unsere Frage. Wie gesagt, wir können sehr viel natürlich dazu erzählen. Ich denke, Siegros kann ein bisschen mehr zu der emotionalen Ebene, wenn es um Podcasts um solche Geschichten geht, sagen, vielleicht über Stimmlagen, Stimmen. Wir sind mehr da der Techniker, aber wir sind natürlich gerne da bereit, auch mal ein Feedback von euch einzufordern, abzufragen. Was interessiert euch denn? Was wolltet ihr schon immer mal fragen? Warum sind Sachen, wie sie sind? Warum sind sie anders? Warum gibt es so viele verschiedene Headsets etc. pp.? Habe ich einfach mal so eine Abfrage fertig gemacht. Jetzt sieht man es so nett und verteilt die hinterher natürlich auch nochmal. Sonst hier ein QR-Code oder auch der Link, dass man einfach mal uns ein kurzes Feedback geben kann, wo wir denn stehen, was ihr gerne von uns wissen wollt, damit wir natürlich auch so ein bisschen auf die Needs, wie das Neudeutsch so schön heißt, natürlich eingehen. Und dementsprechend hier vielleicht die, wie gesagt, die Fragen an euch, an euren Fragen uns dementsprechend langhangeln. War natürlich mal mein Kontakt. Das heißt, ich bin natürlich auch gerne bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn ihr dort irgendwelche Fragen habt, dass wir uns dann dementsprechend auch direkt austauschen können. Der Vollständigkeit halber nicht nur hier drin, sondern auch wirklich die Bitte, wenn irgendwo Fragen sind, gerne anschreiben über LinkedIn. Und dann finden wir mit Sicherheit mehrere Möglichkeiten, da auch in Diskussionen zu treten.